halli hallo und herzlich willkommen zum erschreckenden start hier far cry 4 ich bin der onkel und ja wir wollen jetzt diese eine mission machen wir spielen das dlc teiler jedes jedes ich sage mal jedes das liegt aber am ostdeutschen dialekt das zählt brauche ich mich auch noch von dem hier ist wieder eine kiste lecker fleisch und neue waffe alter ganz dahinten hier oben ist auch eine neue waffe aber wo ach ja und süd haben wir zum glück höh ich hab doch fallschauen scheißdreck scheißdreck was habe ich jetzt hier für eine waffe die ist doch gar nicht na ja so gucken wir mal was wir hier noch machen können jetzt steigen wir hier mal machen wir hier mal ein bissel minenfeld und so scheiße kann ich da jetzt eigentlich auch über die minen laufen ich weiß es kann load ich weiß es sagen sagen wir mal dr das k r sie ich weiß es Kann man eigentlich hier auch... Nee. Tierkäfig gibt es auch. Munitionkisten auch. Ja, wir machen hier schön von oben runter. Und dann haben wir das nächste wieder geupgradet. Da kommen wir dann die Kisten darunter. Stationsupgrade. So, mehr Geld. Oh, doch, wir haben noch Geld. Kaufen, anpassen. Jetzt haben wir hier auf Brandfalle. Boah, machen wir einfach mal. Die Brandfallen sind einfach... Ähm... Dingens. Ja, bitte. Danke. Das ist schön, dass ihr meinen Freund habt. Aber eigentlich wollte ich gerade... Da hin. Ich werde mich nochmal auf Diggerritt stürzen. Ja. Links haben wir noch eine Waffe. Aber wir machen mal jetzt vorwärts. Lass uns mal nicht weiter aufhalten. Ach, guck mal. Wir können was basteln. Und zwar hier. Wurfgeschoss-Talve. Ah, das muss vom selben Vieh hergestellt werden. Okay. Hier waren wir vorhin schon. Ich habe überall neue Waffen. Oh, warum... Jackweide. grüße ich habe das richtig besser ist das ist ja hier in jacke jacke weide also wirst du hier waffen nach da oben wollen wir noch mal da rüber ja da unten ist ja ja sofort gekillt mit dem ding machen wir das so ich kann wieder was bauen zwar munitionsbeutel köderbeutel köcher brauchen wir jetzt noch jacke fällen sagen wir sammeln wir einfach noch ein bisschen ja 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 So ein Drecksviel. Die Hunde merken schnell. Da sollte man die wohl nicht hingehen. So einen Hund habe ich noch gekillt, glaube ich sogar. Hier ist er ganz schnell weit zurückgeworfen. Warum höre ich da Schüsse? Da haben wir was. So. Ich habe ja die Schüsse gehört. Okay, ich glaube, das kam von da, wo wir hinwollen. Boah. Leg dich lieber nicht mit mir an, Jack. Dann ist es mir Jack nerviose. Alter. Ja, da muss ich wohl mal... Komm. Oh Mann. Und hier echt aufpassen. Junge. Junge, Junge, Junge. Jack rüber uns noch. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich, dass hier die Mission ist. Hier ist ein Brief. Scharkers Jagdtagebuch. Ich würde es nicht glauben. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Der alte Sherpa hatte recht. Es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Okay. Mein Gott. Leg dich doch einmal nicht mit mir an. Mein Gott. Diese ganzen... Diese ganzen Köder, ja. Die Stimme, es geht immer weiter. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr aus den Jagen raus, wenn ich hier auch so weitermachen. Die Stimme ist halt, dass man es nicht sieht, was man braucht direkt. Ah, hier. Ach, ich habe einen Fasanen geküllt. So, es konnte ich herstellen. Waffengurt. Ja, nimm mal. Upgrade-Aufgabe, Frachtentführung. Die Jünger sammeln Baumaterial in den nahen Ruinen. Finde ihren Truck und fahre ihn zur Relaisstation. Wird freigeschaltet. Das Upgrade Südseite Minenfeld. Kostenlos in der Relaisstation. Eine Upgrade-Aufgabe. Eine Upgrade-Aufgabe. Oh, wie viel. 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 Oh, das steckt genau ab. Oh, das ist so. Du hättest nie hierher kommen, du. Ich habe echt einen Tag. Bleib hier. Du bleib doch hier. Wie gehst du denn so weit weg, Mann? Jetzt kommt die Fahrt at home. We coming home, we coming. Achso, wir haben ja jetzt noch einen Waffenplatz frei. Das ist noch mehr. Jetzt habe ich geholt. Geht es denn irgendwie hier rein, oder was? Nee. Dach da. Das ganze Treiben, verrückt, ja. Na, super. So. Ach, jetzt habe ich die Kiste vergessen da oben. Mann, manchmal ist man echt blöd. So, das Ding muss man jetzt nach Hause bringen. Zack, zack. Ich hätte gerne den Weg dahin. Oh, gucki, docki. Ab geht's. Joa, haben wir das erste hier geschafft. Oder auch nicht. Ja, was soll ich da jetzt dagegen machen? Hä, sind die hin? Na gut, die sind weg. Wahrscheinlich sind die Felsen runtergefallen oder so ein Scheiß. Tja. Der Upgrade, das habe ich schon verstanden. So. Ich will es reinfahren sollen, oder was? Oh, fünf Fertigkeitspunkte. Okay, wir haben ein Weather, Take-Tone, White Wolf, Denke, Döns. Ein Sprint nachladen, das ist eine sehr gute Idee. Wo fahren wir denn als nächstes hin? Machen wir das mit das Gebiet und heute ist das da oben noch. Und ein etwas weiterer Weg. Ja, mal versuchen, nicht so auf Abwägen zu kommen. Wow, 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 wow. Ja, ich muss jetzt auf den Berg laufen, dann könnte ich da oben das Zeug holen. Da habe ich aber jetzt gerade mal überhaupt keinen Bock drauf. So. So. Ja und Wir haben auch schon wieder den Park fertig Liebe Freunde Ich hole nur noch bis dahin So liebe Freunde Wo steckt der denn zu der Seite aus? Da würde ich sagen Machen wir für das Beschluss Und morgen gehen wir dann in dieses Gebiet hier rein Und schauen wir mal was das ist Und dann würde ich sagen Nicht morgen Beim nächsten Part Und dann würde ich sagen Bin ich erst mal raus Und wir sehen uns dann Bis dahin Ciao